Hallo Leute, hier sind wieder McQuistos 2051, WAU, RUNA MC und Shadow TSS. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server und holen heute mal den Wetterbeschwören. Genau, und dann auch noch hoffentlich töten. Ja, ich plant mal den ersten. Ist das egal wo der hinkommt? Ja, ja, die müssen ja drei da sein. Nimm ich die Mitte. So, dann nehm ich den zweiten. Ich will den ersten. Moment, ich hab den Pack. Ja, du hast ihn an die Wand gebabbt, oder? Ja. So, und Achtung, Trommelwirbel. Ich will den scannen, ich will den scannen. Klapp, klapp, klapp. Aber wäre eigentlich, wenn er gleich explodiert, ne? Ich hoffe, der fetzt mir jetzt hier nicht die ganze... Hilfe, ich kann nicht schießen. Hat wohl doch nichts los, wenn du jetzt zwei von bist. What? What? Gucken, dass er über dem Feld ist, ne? Äh, Shadow TS. Na, danke. Ah, das war der falsche. Hey. Ein bisschen Aufpassung da nicht gewesen. So, äh, okay. Du hast alle bekommen? Ich hab die Drops bekommen, ja. Gut aufgepasst, danke. Hab ich dich getroffen? Du hast ihn erklärt. Du hast mich getötet. Sorry, Waruna. Ich hab dich echt nicht gesehen. Ich hab die Einschränkung, was drumherum passiert. Keine. Ja, ich hab nach oben geguckt. Ne, wenn du mich haust nicht. So, wir haben den Widder. Zeig mal bitte her. Ich will den Leuten zeigen, was er getroppt hat. Du kriegst ja den Shamas wieder. Na klar. Geh mal auf die Seite mit euren Magneten, bitte. Ich hab meinen nicht an. Ja, ist aus. Andere Seite. Ein inaktiviertes Division Citadel, Miniatur, Gelbes Herz, Zivikio Essence und Minikio Essence. Oh, ich glaub, Zivikio ist relativ weit oben. Der ist... Lilane oder was das ist. So, Waruna, du darfst dir das Ganze mit Thornpraft angucken. Ja. Also diese Zivikio Essence, die brauchen wir. Du musst erst mal sortieren. Hä, war das schon alles? Kein Nethos da? Kein Nethos da? Ja, wo ist der Schädel? Oh, der kommt jetzt abzuwerfen. Oh ja, das gibt ja... Ja, ja, bin ich doch alles behalten. Hehehe, nein, nein, natürlich nicht. Es regnet. Rare Shader... Kräfisch. Kräfisch. Was auch immer. Ne, das war... Manilium. Ja, Manilium. Wie heißt das Komische, was wir nicht alle aussprechen können? Ich glaub, Manilium ist richtig, aber ich würde nicht wetten. Ja, hat noch ein bisschen was gebracht. Ich geh mal nach hinten und zeig den Zuschauern, was wir noch alles gemacht haben. Ach so, ist dein Scheiße. Ja. 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 Da hat sich ein bisschen was verändert. Ich zeig euch mal schnell da was. Wenn man davon auch hin. Hier gibt's einen neuen Raum. Das wird der ME Raum. Ähm, McQuisto hat hier schon angefangen. Ähm, bitte das zu bauen. Nicht wahr? Hast du hier schon gebaut? Hab ich gerade erzählt. Ähm, hier kommen so, äh, die Teile dran. Damit die Deep Storage, die oben sind, angeschlossen werden. Ja, und McQuisto, da tut uns so ein neues ME bauen, ne? Ähm, und dann ist doch eigentlich, warte mal, das müsste eigentlich schon angeflossen sein. Ja, zum Beispiel wieder. Hab ich dir schon gesagt, dass der Raum dir ziemlich gut gelungen ist, Varuna? Jetzt ja. Und, äh, ich will jetzt, ähm, ich hab noch, ich hab noch ein bisschen, ähm, gereserved. Also, ein bisschen viel. Aber, voll cool. Was haben wir denn noch Neues? Weiß ich gar nicht. Erstmal noch ein Kamister. Neue Raumfarme haben wir. Ja. Ein E-System. Ähm, so, ein Gold-Apfel brauch ich. Einen normalen Kamister. Und einen, ja, und das gelbe Herz hab ich. Ähm, ein Gold-Apfel. Nur mal ein bisschen Gold. Seht ihr, hier unten habe ich noch zusätzliche Herzen. Da werden gleich noch ein paar mehr dazu kommen. Mec, bist du? Aufblick. Was? Um geht es nicht. Golden Apple. Goldblöcke. Goldblöcke. Schauen wir mal. Ja, was gibt es? Rate mal, was ich gerade... gefunden habe. Keine Ahnung. Also, hat was mit Neta zu tun. Und mit Kühn. Eine Neta-Kuh. Ich habe eine Kobalt-Kuh gefunden. Wie, die gibt es flüssiges Kobold? Ja. Cool. Das sind dann mehr... Flüssiges Adai und flüssigen Kobalt. Ja, ich habe einen Abflug. Was gab es nochmal? Manilum, Adai und Kobalt, oder? Ja, aber das... Ähm... Manilum... Kannst du nur... Ähm... Also kriegst du wahrscheinlich nicht als Kuh. Juhu! Du brauchst halt Adai und das... Ähm... Kobalt. Ja, und das haben wir jeweils... Einmal, wir gehen mal zur Schmiede und kippen sie rein. Richtig. Wo sind die Kühe? Das sind die gelben Herzkanister. Wo sind die Kühe? Aber du solltest dir einen Eimer mitnehmen. Ich rede gerade schon drüber, dass ich welche suche. Was macht denn der gelbe Herzkanister? Der gibt dir ein Herz. Naja, wir haben einen Teils im Fuß. Ähm... So! Das haben wir geschafft. Sehr cool. Es fehlt nur noch der grüne. Ich weiß nicht mehr, wo es das gegeben hat. Die dunkelblaue. Ähm... Achso. Fiss. Ja. Ich hab ein Problem. Ich will eigentlich hier... Ähm... Wo hab ich denn jetzt mein... Formanomikon. Ne, einen Darium-Kuh haben wir auch. So, ich wollte jetzt eigentlich die Goggles of Reveal... Wo... 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 Ja, machen. Wir haben Schaf in der Kuh haben. Aber ich brauch die ganzen Fiss auf meinen Zauberstab. Dauert noch. 2000 Ticks. Weiß ich nicht, wie der sich... Ich find's nicht. Ja. Ich guck mal gerade. Hab ich das in... Die klimmert so komisch blau. Klimmert die bei dir auch in der Farbe oder... Wie wieder? Ob die Kuh bei dir auch in der Farbe bläulich schimmert. Äh, flimmert. Sky Factory... Äh... Ja, äh... Die schimmert auch blau. Nicht nur schimmern, auch teilweise etwas flimmern. Nein, das liegt an der Mudfab wahrscheinlich. Oh, es regnet. Machen wir an den Scheiß Regen aus. Und wir haben noch Tag. Gerade frühmorgens, und es regnet. Achtung, wird kurz laut. Genau, ich kann mir ja mit deiner Maschine angucken, die du schon gebaut hast. Das ist ganz einfach. Einfach vorne auf den Knopf drücken. Wenn die Emeralds hier leer sind, nachfüllen. Jetzt hast du mal auf den Knopf drücken. Danke. Sonne. Und Ruhe. Das ist ja manchmal so nervig. Ich zappte die Koboldkuh bitte ab. Gut, dann zappt mich das Terra Steel ab. Könnte man das vielleicht hinkriegen? Und zwar... Jetzt habe ich... Jetzt ist es inventar voll. Ja, klar. Manfokus Primer. Was ist denn das? Hä? Frost? Schock? Ich will doch mal überlegen, wie ich den einmal in die Schmiede kriege. Dazu habe ich schon eine Lösung. Es ist alles schon ausgerüstet, dass es alles automatisch geht. Ich muss nur hier in den Secret Tank das einfüllen. Und dann funktioniert das. Ich habe hier also auf jeden Fall schon mal viel... Ich wusste nicht, dass der Drain auch rückwärts funktioniert. Ich wusste es stehen. Ich wusste es auch nicht. Und zwar habe ich hier die ganzen Golem-Sachen... Ich habe das nur deswegen rausgefunden, weil ich ein Bild gesehen habe und das einfach mal nachgebaut habe. Und da hat es dann funktioniert. Und den Rest habe ich noch nicht. Wir haben Manölin. Aber ich muss eben diesen Wand kriegen. Und jetzt habe ich noch viel neues Research gekriegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Der jeweils hat hier dran weitergebaut. Das war ich. Also wir können jetzt nur ein paar Research machen. Eines war das auch nicht mein Plan. Deswegen... Um den Plan den One Tail zu stellen... ... sind unten auch die... Oh ja... Das war eigentlich gut. Oh, keine Ahnung. Ein paar Sagen. Vielleicht kann ich damit was anfangen. Unter der Schmelze. Guck mal. Guck mal mal. Guck mal mal. Ob man das schnell irgendwo hinwegt. Guck mal mal. Guck mal mal. Guck mal mal. Guck nicht. Wenn du auf deinen SchwertRepelgenium machst. oder auf den Spitzhacken. Dann hat die eine höhere Haltbarkeit. Ist die und er sei frei. nochmal so als kleiner Tipp. Das hier, glaube ich. Jawoll. Und jetzt brauchen wir noch eins. Da ist nur die Frage, welches? Irgendjemand, irgendjemand kommt da wieder mit der Taste nicht. Ich muss ja die ganze Zeit nicht pauschen. Das könnte von mir grad gelesen sein. Ich muss eine andere Taste nehmen, die Maustaste bei mir, wo ich das mache, die hängt gerade die ganze Zeit. Jaja, immer diese Ausreden. Oh, ich weiß jetzt nicht, was ich da... was ich da nehmen kann. Doch, das können wir nehmen. Wie geht nochmal das mit diesem Unstable Ingrid? Das Ritual. Jawoll. So, jetzt gucken wir mal, ob das da... Klopft. Was brauchen wir dazu? R und Otto. Aber das Hammer ja alles im Zauberstart nicht drin. Das ist ja unser Problem. Doch. R und Otto Hammer. Wuuuuh. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Hat es schon wieder geregnet oder was? Ah. Ich hab ja doch gesagt, mach das blöde Ding nach hinten. Hier vorne nervt's. Durch die scheiß Maschine entsteht viel mehr Regen, hab ich das Gefühl. Es hat nie so viel geregnet. Die Maschine kann nicht mehr Regen machen. Doch, sie kann Regen anschalten, aber sie kann nicht mehr Regen machen. Es ist trotzdem noch nicht so viel geregnet. Zombie Brains. Da kann ich aber auch nichts dafür. Na, jetzt hat man schon einer der vorherigen Folgen. So, jetzt. In alten Moment, da muss auch irgendwo ein Zombie Brains sein. Immer auf dich schwachen. Danke. Dein Schwert macht mehr Schaden, wie meinst du. Das stimmt. Glaub ich. Wie weit sind wir denn mit der Zeit, Baruna? Äh, 17. Alles gut. Ne, Quatsch. Wir haben vorher noch ein bisschen gelabert. Äh, 14. Okay, weil, äh, ich wäre jetzt erstmal eigentlich schon durch, sonst müsste ich hier nochmal einen neuen Abschnitt beginnen. Ich bin jetzt total rausgekommen. Voll lauter Schmiede, äh, Wettermaschine und sonst was. Boah, haben wir hier Greatwood? Hat irgendjemanden Greatwood schon mal gesehen? Woher denn? Äh, nein. Toll. Du solltest Zauberstab machen, oder? Ne, ich brauche, ich brauche so viel Zeit für vorheriges Zeug. Kannst du dir aber herstellen. Ja, du kannst ja so ein Setzling herstellen. Du brauchst eine Mushroom, Steve. Ähm, ähm, ne, Moment. Rich Water Bucket. Ein Dark Oak Setzling. Und Dark Oak Leaves. Du brauchst zwei Rich Water Buckets. Dann kannst du mit einem normalen, äh, Eichensetzling und diesem Hexenwasser eine Dunkeleiche machen. Aus der Dunkeleiche kannst du dann Greatwood machen. Du suchst doch gerade eine Aufgabe, mein Christo. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Hexenwasser herkriege. Haben wir eine Kuh? Ähm, du... Ich kann dir das kurz sagen, wie das geht. Ich hoffe, ich habe immer die Taste gedrückt, dass ihr mir auch gehört habt. Also meine Zuschauer haben es gehört, was ich erzählt habe, aber vielleicht nicht. Ich höre alles. Doch, doch, doch. Doch, doch. Ähm, du brauchst einen Barrel, einen Wasser Bucket und eine Mushroom, Steve. Steve. Mushroom, super. Ich suche mal hier. Ich suche mal hier. Also einfach eine Pilzsuppe. Toll. Pilze haben wir zufälligerweise ganz viele nirgendwo, weil... Doch, doch, doch. In der Essen... Äh, in der Pflanzenkiste. N-C-Sports. Die Mütze. Da müssen wir vielleicht sogar welche haben. Hast du gefunden? In der Essenskisten irgendwo. Ja, hier, hier, hier. Ich bin gerade beim ganzen Futter. Wo sind da hier die Pilze? Nein, hier. Pflanzenzappling. Hinten beim Essen, ist das normal? Was ist da? Ein Hobgoblin. Ja, lass ein Leben. Das ist mein Haustier. Ja, wir dauern durch die Türen, gehen wieder zurück. Hier ist ein Hobgoblin. Äh, ja. Hier. Wirk. Pilze. Wirk. Danke. Da oben werden welche... Einmal wächst raus. Und die Pilze. Aber irgendwo, warte mal, wir haben auch schon so einen Greatwood Dark Oak Sabling. Haben wir auch schon. Ich glaube, da muss man auch irgendwas beachten, dass der wächst. Da war auch noch irgendwas. Ja. Zweimal zwei, glaube ich. Ach, das ist der falsche. Hier, da liegen sie. Ähm. Wo haben wir denn die Polen hin? Wir hatten diese Schalen. Hatten wir noch welche? Ich weiß nicht. Wir machen das. Drei Holz. Wie in einmal. Ich sehe, glaube ich, drei Stück raus. Ich glaube sogar vier. Oder was? Okay. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich will nämlich jetzt noch schnell ein Ritual machen. Dafür aber zügig. Mitternacht. Das Problem ist, wir müssen... Oder ich muss warten, bis Mitternacht ist. Und wie man oben sieht, ist... Äh, Moment. Wird's jetzt morgens oder wird's jetzt nachts? Nacht. Ne, 8 Uhr. PM. Ich weiß, es wird nachts. Ah. Ich krieg's erst in den nächsten. Beim nächsten Mal hab ich das dann. Hm, ne. So, ich glaub ich nicht hin. Mach mal kurz noch was, wo wir den Baum dann anzlanzen können. Hm. 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 Ich glaub 2,4. Haben wir irgendwo ein Schaf, was man opfern kann? Ein Schaf? Ein Schaf? Ja. Ich guck halt hier hinten mal. Da stehen... Manchmal welche rum, jetzt grad nicht. Brauchst du's halt in... 3 Spiel... äh... Spielstunden. Ich glaub ich hab keinen F7 an. Ist schlecht. McQuisto, hast du schon mal das Ritual gemacht, um so ne... äh... Sitchel zu aktivieren? Nein. Das war glaub ich noch Tushan, der das gemacht hat. Wer? Äh, komm mal nach links. Hier unten. Varunas Freund mit der Eisenbahn. War das nicht Alex Heinz? Das ist schon einige Minecraft-Server her, ich weiß genau, ich bin spät abends ins Bett und die zwei haben immer noch gezockt und dann bin ich irgendwann morgens aufgestanden und hab gedacht, boah, gucken wir mal, komm auf den Server und die zwei am zocken und ich so, oh man Leute, wie wenig habt ihr denn geschlafen? Ich bin schon fertig und immer noch müde. Und wir haben noch gar nicht aufgehört. Wir sind die ganze Nacht mit Minecraft irgendwo gegen gefahren. Werde ich nie vergessen. Äh, da war mal was. Äh, komm mal hierher. Da kannst du das Bäumchen pflanzen. Na, das transformiert sich erst noch. Ne, das Bäumchen. Kann man das angucken? Nein, das Hexenwasser. Ich nehm mal das Wasser drauf damit. Und dann kommt die Pilz, die Pilzsuppe ins Wasser und dann wird's immer. Und dann schimmelt wahrscheinlich schimmelt und gammelt das dann vor sich hin. Richtig. Ähm, wollt ihr mal schnell, wollt ihr mal schnell nach hinten kommen? Äh, ich wollte das jetzt fertig machen. Oder, wenn ich jetzt so durch wollte, hab ich die Folge wieder gar nichts gemacht. Was ist denn nach hinten? Wieder, äh, zu, da wo wir die Wetter getötet haben. Jetzt will ich erst diesen Setzling fertig machen, wenigstens das möchte ich heute noch hinbekommen. Oh, tatsächlich. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät. Das sieht schön aus. Das brauchen wir noch. 20%, weiß nicht, jetzt nicht. Ich seh's, ich kann auch die Prozente ablegen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, und wir machen so ekliges Hexenwasser und schon gibt's Donner. Passt. Ich glaub, das war nicht von uns. Das war von mir, aua. Ah! Hier explodiert alles. Schnell weg. Ups. Das war zu weit. Oh, oh. Wie wechselt der Dark Oak? Äh, 2x2, komm mal mit. Da hinten links ist ne Plattform. Äh, falsch gelaufen. Ja, ja. Ist auch nur behelfsmäßig. Musst du bisher aufpassen. Kannst wirklich so ein paar Steine drumrum setzen, sonst fällt gleich alles runter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach du scheiße. Hast du Knochenmehl? Nööööö. Haha. Der Enderman verfolgt dich, haha. also ich habe jetzt von mir geholt kein anderes zeug ja ist okay warte will ich da bin du kannst ich wollte nur sehen wie der dark oak baum groß wird wir können doch auch tanzen ritual beschwerung hat geklappt und da oben ist gleich noch glaube ich das war der mond du brauchst eine brille ja will ich ja machen aber geht nicht gott das war ja gerade war uner möchtest du noch ein bilder von exoten ist jetzt haben dafür brauche ich jetzt einige diamanten guck dass du noch ein setzling kriegst habe ich redwood muss ja auch immer hier angepflanzt werden ja ich habe nur noch um einen zu machen noch so ein hexenwasser und ein setzling einen habe ich noch guck mal dir das lauf das du hast ja hier sind auch noch sechs setzlingen drin wohin das lauf das lauf so machen dass du am ehesten setzling rauskriegst ja mit dem kurk oder nicht deswegen sagte ich eben deswegen sagte ich eben krug mal das lauf ich habe es auch verstanden das erste mal habe ich gar nicht verstanden dauert es wieder kurz du hast noch einen dark oxen blicken noch einige das reicht sollte reichen müssen auch das braten ja ich habe meine zwei ziele erfüllt zehn setzling sehr schön ich hoffe das was ich habe reicht gerade aber sicherlich ja wohin 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 ich hoffe nicht drei hat das schon einen hast du noch mal das knochenmehl ich möchte gleich noch was testen das ist jetzt der grös pass auf pass auf pass auf nicht dass dich gleich rüberholt ich kann mich auch mal auf einer höhe stehen müssen mit dem baum ne ne ich habe vorhin das auch so gemacht der witz ist halt theoretisch sollten die bäume wachsen weil man ihnen was vor hoffs dafür gibt es einen mod der hier extra auf dem sky factory sky block dabei ist das ist gar nicht ich sag ja gerade wird war glaube ich noch mal irgendwas besonderes war das 6x6 3x3 das weiß ich nicht da war noch eine ganz andere besonderheit ich weiß nicht welche ich glaube das kann man die nicht an ich habe die taste los gelassen wenn man könnte was war da ich kann nicht mehr machen wir uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal einfach schlau und dann immer das auch nicht genau und lassen die einfach mal vor sich hin wachsen was auch alle vier sind alle vier dran war auch nicht mehr funktioniert doch noch mal kurz mit der gieß kann ich drüber gießen vielleicht funktioniert es ja dann mit wirst du willst du nicht mal schlagen aber bitte mit der hand ok doch nicht mit der hand sind was stärkeres so jetzt passt also eigentlich habe ich hunger nicht mehr und eigentlich solle der gelbe kann ist dann nicht trotzdem noch mal der gelbe kann ist hat nichts mit der heilung zu tun nicht noch mal auch nein der gelbe kann ist das auch nur dafür dass du wieder ein extra herz dazu kriegst ja du hast mehr als zehn herzen 16 oder so genau für was habe ich den dann gemacht du hast jetzt mehr herzen insgesamt ja aber das kriege ich ja sowieso durchs trinken durchs essen ja aber die hast du dauerhaft die hast ja dauerhaft hier ach die habe ich auch wenn ich den dinger warte mal wie glaube ich jetzt wieder 10 wenn du wenn du sie natürlich mit Tricks funktioniert das nicht das könnte ich ja auch an die naja Prozent was auch immer das Maximum war mir das 1 hat gesehen dass ein Herzschweiger weggegangen das ist das Maximum okay wir sind fertig und wir haben alle leuten alles gute Prozent vielen Dank fürs Zuschauen schaut auch mal bei den anderen vorbei oder natürlich bei per me ha 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 non aber ich muss es unbedingt sagen nachdem du schon mal gesagt hast es mir lässt eingefallen und ich hatte doch eventuell ja so nichts macht gut leute qa leute